Wir unterbrechen noch mal das aktuelle Programm, denn die Roboter sind los. Ja, wir haben einen Sonderpost bekommen an tollen Reinigungsrobotern und die können sie jetzt so günstig erstehen wie noch nie, wenn sie schnell genug sind. Das ist eine Riesensensation, weil die Technik, die ist so hervorragend und der Preis, da müssen Sie mal drauf schauen, das ist wirklich phänomenal. Die gibt es normalerweise ja nicht unter 800.000 Euro mit der Technik, aber jetzt hier zum Wahnsinnspreis. Wir schauen direkt mal rüber zu Pearl.de, würde ich sagen, bevor es hier richtig losgeht und schauen uns das an. Schauen Sie mal, knapp 300 Euro bei Pearl.de, dieses tolle Gerät und das ist schon ein Wahnsinnspreis. Aber jetzt hier für 229,90 Euro, das heißt 70 Euro jetzt und hier gespart, nur hier jetzt in dieser Breaking News. Und es handelt sich um einen Wahnsinnsputzroboter, Lutz. Ja, der hat wirklich, also das ist der Oberhammer. Schauen Sie sich erst mal an. Rank und schlank und flach vor allen Dingen. Das heißt, der kommt auch unters Bett, unter die Kommode und Co. Vor allen Dingen aber, ist der sowas von intelligent, der hat Sensoren verbaut, der findet seinen Weg vollautomatisch. Den müssen Sie nur einschalten, gar nicht programmieren. Selbst wenn Sie zum Beispiel so eine Sitzgruppe hier haben sollten, mit einem Tisch und vielen Stühlen und Stuhlbeinen und was nicht allem, gar kein Problem. Der findet seinen Weg vollautomatisch, Räume bis 120 Quadratmeter. Das heißt, das dürfte für so gut wie alle unsere Privatheime locker ausreichen. Jetzt hat dieser aber auch noch zwei weitere Besonderheiten. Dieses Topmodell hier bei uns, das Sie jetzt zu diesem sagenhaften Preis auch noch bekommen können, ist wirklich unser bester, sage ich jetzt einfach mal. Weil der hat zwei Aufsätze. Zum einen für Trockenreinigung, das heißt natürlich insbesondere auch für Teppichböden, also jetzt nicht nur so Hartböden wie diese hier. Aber Sie bekommen auch einen zweiten Einsatz, da können Sie dann Wasser, wenn Sie mögen, auch Reinigungsmittel einfüllen und dann wischt der sogar nass. Egal, ob Sie jetzt einen Steinfußboden haben, Parkett, Laminat oder irgendwas anderes an Hartfußböden. Hier sehen wir nämlich gerade diesen Aufsatz. Da füllen Sie das einfach rein. Unten diese Mikrofaserpads, die sind einfach mit einem Klettverschluss aufgetragen. Die können Sie selbstverständlich auch abnehmen und in die Waschmaschine werfen. Zwei gehören da übrigens auch gleich mit zum Lieferumfang. Hier sehen wir gerade auch den Einfüllvorgang. So, den packen Sie jetzt an Ihren Staubsaugerroboter und dann saugt der nicht nur, sondern wischt auch noch in einem Durchgang. Aber damit längst noch nicht genug. Wir haben die Möglichkeit, hier sehen wir gerade diesen Austausch, beide diese Einsätze, also einmal Trockeneinsatz und Nasseinsatz gehören mit zum Lieferumfang. Sie können aber auch diesen Staubsaugerroboter, wenn Sie denn möchten, steuern. Nicht nur über die mitgelieferte Fernbedienung, sondern sogar quasi weltweit über Ihre App. Die gibt es kostenlos. Sowohl für Android als auch für iPhone und Co. Und die installieren Sie sich einmal, kostenlos wie gesagt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann können Sie sogar vom Büro aus, von mir aus oder vom Urlaub aus. Wenn Sie sagen, ich bin bald da, kann schon mal anfangen zu reinigen. Dann tippen Sie einfach hier drauf zum Beispiel. Starten da mit Ihren Reinigungsroboter. Wo auch immer Sie sind auf der Welt. Und er legt los. Schauen Sie sich das mal an. Das ist doch eine Wucht, oder? Also der fährt dann raus aus seiner Ladestation, hat einen Akku drin, bis zu 100 Minuten reinigt der und fährt automatisch auch wieder zurück an die Basisstation, falls das erforderlich sein soll. Der Kracher aber ist, sollten Sie vielleicht ein Sprachsteuerungsmodul von Amazon haben, könnten Sie sogar sagen, Alexa, sage Zauberbot, beende Reinigung. Zauberbot beendet Reinigung. Tada! Also Sprachsteuerung für Ihren Staubsauger-Roboter. Also selbst wenn Sie zu Hause sind, einfach vom Sofa aus nur sagen, was er machen soll. Und er macht es sensationell. Für 229,90 Euro, 70 Euro reduziert hier. Wir haben einen speziellen Sonderposten für Sie. Das heißt, wenn der ausverkauft ist, ist der ausverkauft mit 70 Euro Preisersparnis. Das heißt, wirklich bitte schnell zugreifen, weil so ein Gerät normalerweise, das gibt es ja gar nicht unter 700, 800 Euro mit diesen ganzen technischen Highlights, mit dieser sensationellen Technik. Also NX3221569, Ihre Bestellnummer.